Was ist mit dem Schweißen? Beim Schweißen verbindet man zwei verschiedene Werkstoffe mit dem gleichen Zusatzwerkstoff zusammen. Schweißen ist eigentlich für das Verbinden von verschiedenen Materialien. Mit dem Schweißen verbindet man zwei metallische Verbindungen. Die Schweißen verbindet die Herausforderung, immer eine schöne Noten zu bekommen. Es kommt natürlich darauf an, was man macht. Das Coole ist natürlich sicher, dass man auch sieht, was man gemacht hat. Man hat eigentlich immer ein Schluss-Endergebnis. Das, dass man zwei Töne verbinden kann, zum Beispiel zwei Poutres von 20 Tonnen, kann man zusammen verbinden, dass es mehr als eine ist. Man läuft manchmal durch den Betrieb, dann schaut man die Schweißen nicht an. Und dann gibt es halt einmal eine dumme Sprache. Verschiedene grosse Blätter und dann kann man einfach etwas machen, das man dann anlängen kann, das nicht nur flach ist, sondern das hat dann ganz verschiedene komische Geometrien. Man muss ein bisschen den Flair haben für Schweißen. Ein Haufen Übung, das ist wahrscheinlich das, was man am meisten braucht. Man muss sehr calmer, conscientier, präzisier sein. Und das ist das, das ist der Sekret der Soudouin. Ein bisschen Fingerfertigkeit beim Handwerken. Und dann sicher auch die Technik ein bisschen verstehen. Man muss auch wollen. Ich bin sicher mal eine Begeisterung für so allgemein einfach Metall. Handwerklich nicht schlecht begab. 4. realität Untertitelung des ZDF, 2020